wie bist du da gefahren tell schau mal zu mir weitergefahren oder bist du da den wanderweg ich bin warte oben da ich bin da unten hergefahren und dann den roten weg und dann den roten wie ich da komplett so glaube ich aber ich denke ja dass ich so gefahren bin immer zu 90 prozent aus also nicht unterziehen wie ist der da drüber gekommen ich weiß es nicht denn du bist doch nicht den weg gefahren ist wenn ich hier oben hergefahren die orange in der linie weiter ja dann bin ich daher gefahren ich bin mir nicht sicher ich sag doch 90 prozent und ich sage doch ich sage auch noch nie dann ist es nicht so